Wir brauchen hier für das Zirkus-Knie-Programm 2019 im Windwerk Winterthur. Wir machen eine Luftnummer. Also Luftnummer. Wie Trapez, aber ohne Trapez. Nur Luft. Einfach nur Fliegen. Ohne Hilfsmittel. Das ist der Alle vom Windwerk, also unser Coach. Also Coach. Wir haben das nicht mehr nötig. Es ist auch gut, wenn er noch etwas hört. Wir haben hier im Windwerk Winterthur toll performen und trainieren können. Wir hatten allerdings zwei Schwierigkeiten. Wir hatten zuerst gedacht, ich sei der, der eher im Wind geht und er eher unten bleibt. Aber es war umgekehrt, weil es hat sich gezeigt, dass das in den Bauch funktioniert wie ein Ballon. Das zweite Problem ist mit dem Wind. Das geht gar nicht im Zirkus, sagen wir mal. Aber wir sind flexibel und bringen jetzt eine andere Weltklasse. Pony reiten! Wir sind gleich Neuen.